Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wieder Christian und ich liebe Value Investing. Wir nutzen ja häufig Kennzahlen, um Aktien auch zu bewerten und ich glaube, Kennzahlen sind ein gutes Hilfsmittel, um uns eben auf Dinge aufmerksam zu machen und da schauen wir uns heute genau an, wie sich Aktienrückkäufe auf manche Kennzahlen auswirken. Das ist sehr wichtig, damit wir das verstehen, was da passiert, wenn Firmen in größerem Stil Aktien zurückkaufen, weil das erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben kann und damit wir das anständig bewerten kommen, zeige ich dir eben genau, was da passiert und was das für uns Aktionäre bedeutet. Wenn dir solche Videos einen Mehrwert geben, wo wir näher auf solche Themen eingehen, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das hilft mir und dem Kanal und ist die beste Möglichkeit, die du hast, um mich hier zu unterstützen. So, und da sind wir auch schon und das Thema Aktienrückkäufe ist ja sehr präsent, besonders in den USA. In Deutschland gibt es auch ein paar wenige Firmen, die eigene Aktien zurückkaufen, aber in den USA ist das wirklich sehr, sehr verbreitet und auch ein beliebtes Mittel der Manager, um eben die Aktionäre am, ja ich sag mal, am Erfolg der Firma auch teilhaben zu können. Aber was sind Aktienrückkäufe eigentlich? Da habe ich mal eine kleine Unterlage vorbereitet und zwar Aktienrückkäufe funktionieren ja so, die Firma nimmt Geld, was sie auf dem Konto liegen hat, kauft von diesem Geld Aktien der eigenen Firma zurück. Das ist also genau so, wie wenn du die Aktien der Firma kaufen würdest und die Aktien werden dann aber einkassiert und verwahrt von der Firma bzw. vom Markt genommen und dadurch, ja, reduziert sich die Anzahl, die noch übrig ist von diesem Unternehmen. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt weniger Aktien von der Firma, damit haben die Aktionäre nach den Aktienrückkäufen quasi einen höheren Anteil am Unternehmen, aber dafür wird eben auch Kapital aufgewendet, nämlich Eigenkapital der Firma. Das wird quasi aufgewendet, um diese Aktien zurückzukaufen und abhängig davon, wie viel Geld für diese Aktienrückkäufe bezahlt wird, ist es eben je nachdem positiv oder negativ für die Bilanz und das schauen wir uns gleich genau an. Und weiterhin ist es aber auch so, du musst das vielleicht verstehen, warum reduzieren die das Eigenkapital überhaupt? Das ist ja quasi der umgekehrte Effekt wie eine Eigenkapitalerhöhung. Bei einer Eigenkapitalerhöhung geht eine Firma ja hin und erzeugt oder schafft neue Aktien, bringt die an den Markt, sammelt Geld ein, das heißt Geld kommt in die Kasse, dafür gibt es mehr Aktien und bei Aktienrückkäufen ist es eben genau umgekehrt. Deswegen reduzieren die auch im Regelfall das Eigenkapital und warum das so ist, das schauen wir uns auch gleich konkret an. Die erste Frage ist also, was passiert eigentlich in der Bilanz, wenn eigene Aktien zurückgekauft werden? Und ich habe hier mal einen Auszug aus der Bilanz von Apple rausgenommen. Apple holt ja auch in größerem Stil eigene Aktien vom Markt, indem sie Aktienrückkäufe durchführen. Und ich habe hier mal ein paar Sachen markiert und zwar einmal hier oben, die Position Cash und Cash-Äquivalente, also liquide Mittel auf dem Konto der Firma. Wenn die Firma eigene Aktien zurückkauft, dann muss sie natürlich dafür Geld benutzen, so wie wenn du auch Aktien kaufst, ja dann musst du Geld bezahlen, um Aktien zu kaufen. Und das heißt, diese Position hier, deswegen habe ich das rot gemacht, die reduziert sich also durch die Aktienrückkäufe. In dem Moment, wo Apple zum Beispiel jetzt 10 Milliarden investiert, um Aktien zurückzukaufen, verlassen hier 10 Milliarden US-Dollar das Unternehmen und diese Position verringert sich und damit verringern sich natürlich auch die Vermögenswerte, die die Firma besitzt, weil eben dieses Geld dann nicht mehr auf dem Konto der Firma liegt. Hier unten im Eigenkapital passieren aber andere Dinge und zwar gibt es hier eine Position einbehaltener Gewinn, die reduziert sich natürlich auch, weil diese einbehaltenen Gewinne, das sehen wir gleich nochmal konkret, die sind ja quasi die Überschüsse, die die Firma in den letzten Jahren verbucht hat und in dem Moment, wo die Firma eben Geld ausgibt und da Aktien zurückkauft, wird das eben aus diesen Rücklagen bezahlt und entsprechend reduziert sich diese Position. Und im Gegenzug reduziert sich aber hier unten noch die Position der Aktien, das ist ja quasi das Kapital der Aktionäre, das Eigenkapital, was die mal eingebracht haben, die erhöht sich diese Position, allerdings nicht um denselben Betrag, denn was hier eingebucht werden darf, ist quasi, kann man so sagen, ungefähr der Buchwert der Aktien. Das heißt, wenn der Buchwert der Aktien, die zurückgekauft wurden, niedriger ist als der Preis, der bezahlt wurde, dann wird diese Position hier um einen geringeren Betrag aufgestockt als das, was ausgegeben wurde und wenn es andersrum ist, dann kann das sogar höher sein. Das heißt, hier wird entsprechend eine Einbuchung vorgenommen, die quasi diesen Effekt der Aktienrückkäufe im Eigenkapital berücksichtigt, indem beide Positionen hier zusammen sich eben auswirken auf das gesamte Eigenkapital und Apple macht das hier auch nochmal sehr schön in einer einzelnen Auflistung, wie sich eben das Eigenkapital verändert und wir sehen hier auch Common Stock Repurchased, das sind also die Aktienrückkäufe, da wurden zum Beispiel 2020 72 Milliarden an Aktien zurückgekauft. Das steht hier in Klammern, das heißt, das wirkt sich negativ auf diese Retained Earnings aus, also das, was der einbehaltene Gewinn der Firma ist. Das ist genau dasselbe, wie, deswegen habe ich das auch mal markiert, bei Dividenden. Bei Dividenden passiert im Prinzip dasselbe. Geld verlässt die Firma und das wird eben aus diesen einbehaltenen Gewinnen bezahlt und dadurch reduziert sich auch durch Dividenden das Eigenkapital. Das ist mit auch ein Grund, warum alle Ausschüttungen, das heißt sowohl Dividenden als auch Aktienrückkäufe eben den Unternehmenswert senken und damit werden eben dieser, auch beim Dividendenabschlag, reduziert sich zu Recht der Wert des Unternehmens, weil eben das Geld die Firma verlässt und diese eben auf dem Papier nach der Dividendenzahlung oder dem Aktienrückkauf weniger wert ist wie vorher. Bei Aktienrückkäufen ist es aber jetzt so, dadurch, dass sich dann eben auch die Anzahl der Aktien reduziert, kann es mehrere Effekte geben und da habe ich mal eine kleine Tabelle hier, die ich auch im Internet gefunden habe, wo zwei Unternehmen, quasi zwei virtuelle Firmen miteinander vergleicht werden, die Firma X und die Firma Y und hier wird einfach gesagt, der Aktienkurs ist zum Beispiel 20 Dollar, dieses Unternehmen hat 10 Millionen Aktien, die quasi gerade am Markt sind und Buchwert der Firma, das ist ganz wichtig, Book Value per Share, also der Buchwert, das Eigenkapital pro Aktie, ist bei dem einen Unternehmen 10 Dollar, bei dem anderen Unternehmen 30 Dollar und wenn die Aktien jetzt für 20 Dollar gekauft werden, dann gibt es zwei Effekte, die da passieren können, nämlich bei dem einen Unternehmen ist ja der Buchwert deutlich niedriger als das, was die Aktie kostet. Das ist ja bei den meisten Firmen so, wo das Kursbuchwertverhältnis, also der Kurs im Verhältnis zum Buchwert, höher als 1 ist, dann reduziert sich eben der Buchwert pro Aktie, einfach dadurch, dass dieser Effekt in der Bilanz größer ist prozentual als die Änderung der Aktien und bei dem anderen Fall, wo eben der Buchwert höher ist als der Rückkaufpreis, das heißt, wir haben ein Kursbuchwertverhältnis, was unter 1 liegt, dann wäre es eben so entsprechend, dass das Eigenkapital pro Aktie, also der Buchwert, sich erhöht, einfach weil die Änderung im Eigenkapital geringer stark ausfällt, wie die Änderung in der Anzahl der Aktien und das ist eben das, was sich bei Aktienrückkäufen im Wesentlichen auswirkt und von daher kommt es eben darauf an, ob die Aktienrückkäufe am Ende positiv auf den Buchwert sich auswirken oder negativ und das wollte ich nur, dass du es verstanden hast, dass es hier Effekte gibt, die abhängig sind vom Preis der Aktie. Jetzt habe ich mal eine kleine Zusammenfassung gemacht, was mit verschiedenen Kennzahlen passiert, wenn Aktien im größeren Stil zurückgekauft werden, kann man das auch sehr deutlich sehen und wir schauen uns gleich ein Beispiel auch an. Das erste ist, wenn du quasi den Gewinn, Umsatz oder die Cashflows pro Aktie dir anschaust, dann ist es natürlich so, die Gewinne, die bleiben ja unterm Strich gleich groß im Normalfall beziehungsweise ändern sich nicht dadurch, dass die Anzahl der Aktien sich geändert hat und die Gewinne, Umsätze etc., weil die gleich bleiben, aber die Anzahl der Aktien sich reduziert, steigen diese Kennzahlen an, das heißt der Gewinn pro Aktie steigt, der Buchwert pro Aktie, der kann positiv oder negativ sein, wie wir eben schon gesehen haben, aber hier oben diese Zahlen Gewinn, Umsatz und Cashflows, hier Aktie, die verbessern sich durch die Aktienrückkäufe und weil Aktien immer mit einem Vielfachen der Gewinne zum Beispiel oder der Umsätze gehandelt werden, steigt dadurch natürlich auch der Aktienkurs, weil eben jede Aktie auf dem Papier mehr Gewinne quasi verbucht oder mehr Gewinne pro Aktie auf den Aktionär entfallen als vorher und das ist auch der positive Effekt von Aktienrückkäufen, dass eben der Aktienkurs dadurch langfristig steigen müsste, weil eben immer weniger Aktien quasi da sind, aber der Gewinn der Firma, der bleibt eben gleich hoch und damit wird jede Aktie auf dem Papier mehr wert, weil die Firma die Aktie mehr Geld verdient als vorher. Der Buchwert erhöht sich oder reduziert sich abhängig von dem Preis, das hatten wir eben schon gesehen und es kann sogar sein, das sehen wir auch gleich, es gibt auch Beispiele, wo der Buchwert sich deutlich reduziert und es gibt auch welche Unternehmen, zum Beispiel McDonalds, wo das Eigenkapital und damit auch der Buchwert sogar schon negativ geworden ist, einfach weil so viele Aktien zurückgekauft wurde. Das nächste ist die Eigenkapitalrendite, das ist eine sehr wichtige Kennzahl, die angibt, wie viel Gewinn quasi mit dem Eigenkapital der Aktionäre erzielt wird. Der erhöht sich durch die Aktienrückkäufe sehr, sehr stark, einfach weil das Eigenkapital sich sehr stark in dem Normalfall reduziert und der Gewinn, wie gesagt, bleibt gleich hoch und hier gibt es einen extrem großen Effekt, wenn viele Aktien zurückgekauft werden, bis zu dem Level, sage ich mal, dass diese Kennzahl überhaupt nicht mehr aussagekräftig ist, wenn in dem Moment, wo die Firma kaum noch Eigenkapital hat, dann macht diese Kennzahl einfach keinen Sinn mehr, weil dann eben diese Aktienrückkäufe das Eigenkapital so stark beeinflusst haben, dass eben die Kennzahl nicht mehr aussagekräftig ist. Ein bisschen anders sieht es bei der Gesamtkapitalrendite und bei dem Return on Capital Employed aus. Das sind ja auch Kapitalrendite-Kennzahlen. Hier ist der Effekt auch so, dass sich das positiv auf diese Kennzahlen auswirkt, aber nicht so stark wie beim Eigenkapital, weil hier eben die Positionen durch die Rechnung ein bisschen anders aussehen, weil das Eigenkapital, das verändert sich definitiv am stärksten durch die Aktienrückkäufe und deswegen hat das hier einen viel stärkeren Effekt auf die Eigenkapitalrendite, aber auch einen positiven Effekt auf diese Kennzahlen. Das heißt, wenn viele Aktien zurückgekauft werden, muss man sich diese Kennzahlen genauer anschauen und entscheiden, ob die auch überhaupt noch aussagekräftig für das Unternehmen sind. In den meisten Fällen ist es so, dass die Gesamtkapitalrendite und das Return on Capital Employed noch halbwegs aussagekräftig sein können, aber die Eigenkapitalrendite, die wird sehr schnell in dem Maßstab verfälscht, dass eben diese nicht mehr so hilfreich ist. Da musst du also definitiv drauf achten. Genauso sieht es beim Verschuldungsgrad aus. Der steigt auch durch die Aktienrückkäufe an, weil der Verschuldungsgrad sagt ja aus, wie hoch die Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Die Schulden, die bleiben in den meisten Fällen unbeeindruckt von den Aktienrückkäufen, es sei denn, es werden eben Schulden aufgenommen, um diese Aktien zurückzukaufen, was keine gute Idee ist in den meisten Fällen. Aber das Eigenkapital, das reduziert sich halt und damit steigt der Verschuldungsgrad an. Und das Plus, das ist hier negativ gemalt, weil eben ein steigender Verschuldungsgrad eine nicht so schöne Entwicklung ist. Je höher der Verschuldungsgrad ist, desto schwieriger ist es für die Firma am Fremdkapitalmarkt, irgendwann neues Geld einzusammeln und desto risikoreicher sind im Regelfall auch diese Geschäftsmodelle. Das ist ja so wie bei dir privat auch. Wenn du 100.000 Euro besitzt und 10.000 Euro Schulden hast, dann ist das nicht so schlimm. Wenn du aber 100.000 Euro besitzt und 5 Millionen Schulden hast, dann sieht die Bank das ein bisschen anders, wenn du demnächst einen Kredit einholen möchtest. Von daher, der Verschuldungsgrad, der ist hier auch mit einem Fragezeichen zu besehen und ab einem gewissen Level auch gegebenenfalls nicht mehr aussagekräftig. Und von daher muss man sich das hier genau anschauen. Das nächste ist die Eigenkapitalquote. Ist ja auch eine beliebte Kennzahl. Ich halte die nicht ganz für so hilfreich, aber trotzdem kann es grundsätzlich eine interessante Information sein, zu schauen, wie hoch ist denn da das Eigenkapital eigentlich im Verhältnis zu der gesamten Bilanzsumme. Und das reduziert sich eben auch, einfach weil das Eigenkapital sinkt. Und die Bilanzsumme sinkt zwar auch, aber die sinkt nicht so stark in der Regel wie das Eigenkapital. Und damit verschlechtert sich eben auch die Eigenkapitalquote. Ich zeige dir das jetzt auch mal bei Apple. Ich habe hier in mein Tool Apple mal reingeladen. Und wenn wir uns das jetzt mal visuell anschauen, dann sehen wir, dass die Aktienrückkäufe sich hier extrem stark auch auf die Eigenkapitalrendite ausgewirkt haben in den letzten Jahren. Die liegt jetzt hier mittlerweile bei über 100% und ist, würde ich sagen, mittlerweile für Apple überhaupt nicht mehr aussagekräftig, weil eben das Eigenkapital so stark reduziert wurde durch die Aktienrückkäufe, dass diese Kennzahl einfach nicht mehr hilfreich ist. Anders sieht es hier unten bei der Gesamtkapitalrendite und bei dem Return on Capital Employed aus. Die sind auch angestiegen, aber man sieht schon, die steigen nicht so stark an, wie eben schon gezeigt, wie die Eigenkapitalrendite. Die sind, glaube ich, noch relativ aussagekräftig, aber definitiv schon durch diese Aktienrückkäufe verfälscht. Als nächstes der Verschuldungsgrad. Auch das sehen wir hier, der ist gestiegen, weil eben das Eigenkapital geschrumpft ist, aber Apple auch Schulden aufgenommen hat, um das Geschäft weiter zu betreiben. Apple braucht diese Schulden eigentlich nicht aufzunehmen, aber weil diese Firma quasi ihr ganzes Geld in Dividenden- und Aktienrückkäufe steckt, muss sie eben auch Schulden aufnehmen, um eben das Geschäft weiter betreiben zu können. Das halte ich für nicht so hilfreich, gerade auch bei den aktuellen Aktienkursen, wo ja auch noch weiter Aktien zurückgekauft werden. Hier wird, glaube ich, unterm Strich Aktionärskapital vernichtet und die Bilanz auch geschwächt von dem Unternehmen. Das sieht man auch dann entsprechend hier in der Eigenkapitalquote, die von fast 70% mittlerweile auf 20% gefallen ist. Auf der Positivseite sieht man natürlich, dass die Anzahl der Aktien hier auch extrem zurückgegangen ist. Das heißt, die Aktienrückkäufe hier in den frühen Jahren, die waren, glaube ich, noch sehr positiv für die Aktionäre. Im Moment glaube ich aber, dass viel zu viel Geld für diese Aktienrückkäufe ausgegeben wird bei dem aktuellen Kurs, der ja doch sehr, sehr teuer ist. Von daher muss man hier die Fragezeichen daran machen, ob das Management hier mit dem Kapital der Aktionäre anständig umgeht. Jetzt hast du gesehen, wie sich dieser Effekt auswirkt. Ich zeige dir noch mal ein anderes Beispiel, McDonald's. Gehen wir mal McDonald's hier ein. Die haben es noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Die Firma hat quasi ihr komplettes Eigenkapital vernichtet auf dem Papier. Wenn wir das uns jetzt hier anschauen, sehen wir das dann auch. Genau, die Eigenkapitalquote ist mittlerweile negativ seit 2016 und auch die Kapitalrenditen, die sind überhaupt nicht mehr aussagekräftig, weil eben mittlerweile, man sieht das auch hier am Buchwert, wo haben wir den denn? Hier unten genau. Der Buchwert ist negativ geworden und damit ist auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis überhaupt nicht mehr nutzbar für die Firma, weil eben hier entsprechend das komplette Eigenkapital der Aktionäre auf dem Papier, wohl gesagt, in der Bilanz vernichtet wurden. Und ja, da muss man eben immer schauen, wie hat sich das ausgewirkt? Wie viele Aktien wurden zurückgekauft? Und kann ich denn diese Kennzahl überhaupt noch verwenden? Noch ein kleines Fazit dazu. Also Aktienrückkäufe können sich positiv oder negativ auf Kennzahlen auswirken. Das haben wir gesehen. Und aber ob Aktienrückkäufe unterm Strich positiv oder negativ für die Aktionäre sind, das hängt davon ab im Wesentlichen, was sind denn die Alternativen? Also zum Beispiel kann Apple das Geld ja scheinbar nicht im Geschäftsmodell anständig reinvestieren. Die verdienen einfach viel zu viel Geld. Dass sie gar nicht im Geschäftsmodell unterbringen können. Und deswegen schütten sie es eben über Dividenden und Aktienrückkäufe auch aus. Und das ist auch komplett richtig so. Aber die Frage ist, was könnten die denn sonst damit tun? Die könnten Dividenden zahlen, deutlich mehr, anstatt die Aktien zurückzukaufen. Oder vielleicht auch Investitionen tätigen, was aber ja scheinbar im Moment nicht in dem Maßstab gelingt. Das heißt, die Einnahmen sind einfach viel zu hoch, als das, was sie reinvestieren können. Von daher muss man immer fragen, was sind die Alternativen und macht Apple hier das Richtige? Soll aber jetzt hier keine Bewertung über Apple und die Aktienrückkäufe von Apple sein. Aber diese Frage solltest du dir natürlich stellen, wenn du ein Investment kaufen willst. Bist du auch der Meinung, dass der Rückkauf eigener Aktien zu dem Preis aktuell die richtige Verwendung deines Geldes sind oder eben nicht? Und wenn du anderer Meinung bist, dann solltest du dich eben fragen, ob das Management denn wirklich in deinem Sinne handelt. Und wenn du das verneinst, dann ist die Aktie vielleicht auch für dich kein Kauf. Und aber es hängt natürlich auch von dem Preis ab, wo die Aktien zurückgekauft werden. Das hat ja Warren Buffett auch in seinem Brief an die Aktionäre und im letzten Shareholder-Meeting gesagt. Ich verlinke nochmal das letzte Video zu dem Shareholder-Video oben in so einer Karte. Man sollte nicht einfach stupide Aktien zurückkaufen, egal zu welchem Preis, nur weil der Markt das gerade gut findet. Denn wenn die zu teuer gekauft werden, dann sehen wir, dass hier auch viel Aktionärskapital vernichtet werden kann. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ist das richtig so? Und Buffett zum Beispiel kauft ja nur eigene Aktien zurück, wenn der Preis günstig genug ist, dass es aus seiner Sicht eben eine unterbewehrte Aktie ist, die er da zurückkauft. Und das halte ich auch für sinnvoll. Das heißt, du musst das so sehen, wie wenn du selber gerade entscheidest, würdest du die Aktie gerade zu diesem Kurs kaufen. Wenn du das ganz klar verneinst, dann solltest du dich fragen, warum macht das Management das denn? Und wenn das nicht in deinem Sinne ist, dann lässt du die Finger besser von dieser Aktie auch weg. Wie gesagt, jetzt sehen wir, wie sich das ausgewirkt hat. Soll ein Hilfsmittel für dich sein, um die Kennzahlen besser zu verstehen und auch entscheiden zu können, ob das denn für dich die richtige Entscheidung ist, die das Management bei deinem jeweiligen Unternehmen trifft. Mir hilft sowas immer sehr, um auch sowohl die Substanz der Firma und die Profitabilität der Firma zu bewerten mit den Kennzahlen. Man muss aber wissen, wann sind die Kennzahlen zum Beispiel durch Aktienrückkäufer verfälscht, damit man sich nicht auf falsche Kennzahlen stuft. Und es hilft uns natürlich, wie gesagt, auch das Management zu bewerten, was ja immer auch ein bisschen schwierig ist. Von daher ist es sehr hilfreich, wenn man auch solche Dinge nutzen kann, um eben das Management ein bisschen für sich zu bewerten. Das war es zu diesem Video. Wie gesagt, wenn dir das gefallen hat mit den Kennzahlen, wie das sich auswirkt, wenn dir das ein Mehrwert gegeben hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten die Frage an dich, wie siehst du das gerade mit den Aktienrückkäufen bei vielen Firmen? Glaubst du, dass die Gelder der Aktionäre hier richtig verwendet werden oder siehst du das eher kritisch? Schreib es gerne mal rein. Bin gespannt auf die Meinung hier in den Kommentaren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, dein Christian. 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 Untertitelung des ZDF, 2020